Musik Ja, liebe Freunde, zurück zum Let's Play von OMZ 2, der Omni-Bus-Imulator auf dem Map Brömerberg. Ich fahre die Linie 635 zurück nach, äh, oh, zurück zum Sop von Römerberg, ja. Ihr habt die letzte Folge gesehen, wie ich da mit dem Bus gekämpft habe, um dem blöden Beck hochzukommen, und das wird hier bestimmt genauso lustig. Denn die Straße ist hier auch verdammt eng. Das wird hier, aha, ich muss jetzt, äh, rechts abbiegen. Dann muss ich den Kreisverkehr komplett fahre, und dann muss ich zurückfahren. Pass auf, und jetzt fangen die alle klarer aus, weil die mich nicht mögen. Sag ich doch, fährt grad aus, fährt grad aus, fährt grad aus. Ja, fährt schon ein bisschen, äh. Jetzt gucken wir mal draußen nach, ups, soll ich alles rausfüllen. Ach, steigt bitte alle aus, ihr Meckerkoppe. So, jetzt den Kreisverkehr. Nehmen. Ja, fahr du mal weiter, du Arschgesicht mit Ohren. Ah, das habe ich echt gut gemeistert, diesmal. So, und nächstes halte ist ja der Kreisverkehrparkplatz. Ach, wenn so ist es hier ein bisschen schöner zu fahren. Großer Bergsee. Großer Bergsee. Ich darf sogar auch schneller fahren. Äh, 80. Äh, 50. Ich glaube, hier kommt noch ein Tunnel, und dann kommt der Bauplatz. Ach ja, man rüstet den Rechner mit der Grafikrate auf, nochmal mit Arbeitsspeicher und was ist, um sie ruckelt trotzdem. Ja, ist auch kein Spiel um sie, ist ja eine Wissenschaft für sich. Na, war doch ein Tunnel, jetzt kommt gleich noch ein Tunnel. Warum besuche ich schon mal rot, wenn ich das anfühle. So. Hallo. Hallo. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Eine Kurzstrecke bitte. Entschuldigung, da fehlt ja wohl noch Rückgeld. Halt die Fresse auf dem Meckern. Oh, Savilstein kommt schon als nächstes. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 So, die haben eigentlich gemeckert, nicht laut sagen? So, die haben eigentlich geplant, aber nicht laut sagen. Ein Fettsack. Bleib grün. Zawelstein. 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 Oh, hier ist schon wieder so voll. Hallo. Eine Kurzstrecke. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Naja. Da ist Kati. Hast du alles zu vollen? Ah, hat er gut geschafft. Ich glaube, jetzt geht es ja eh noch bergab. Ich glaube, jetzt geht es ja 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 noch bergab. Ja, was für ein Stau hier. Ich glaube, jetzt geht es ja noch bergab. Ich glaube, jetzt geht es ja noch bergab. Was? Ich glaube, jetzt geht es ja noch bergab. Ich glaube, jetzt geht es ja noch bergab. Wo ist er denn überhaupt? Ich glaube, jetzt geht es ja noch bergab. 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 Ich bin ja noch bergab. Ich werde mich noch nicht verfahren. Oah. 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 Meiner dass ich mich mich für hilfsfrei femmes etwas fragen kann ... ... Das ist nichts neues. Oah. Oah. Haltestelle, wo bist du? Langsam bin ich echt... Ähm, naja. Ähm, naja. Laut dem Fallen bin ich hier aber richtig. Aber wo ist die Haltestelle? Ich hoffe nicht, dass ich es nicht verkackt habe. Dann muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. Oh, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, ey. Da habe ich nichts zu lachen, der immer nicht lacht. Heißt das Lied dann. Ähm. 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 Ich habe keine Ahnung, ob ich was vergessen habe. Ich weiß bald mehr. Nein! Da ist meine Haltestelle. Ich werde wahnsinnig... Ich habe meine Haltestelle gefunden. Ich habe meine Haltestelle. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Ich habe meine Haltestelle. fällt. Ja, liebe Freunde, hier ist die Ampel rot. Ich mach mal Schluss für heute. Bis dahin.